Hallihallo und herzlich willkommen zu Kapitel 3 Der Turm der Königin von Sacred Citadel. Mal ein bisschen Dreifolge aufmischen. Und ich bin gespannt, wie ich mich schlagen werde bei diesem Endkampf von diesem Kapitel. Schreckliche Musik ertönt aus dem Boxen. Ein Lift. Ist das ein Lift, oder? Der hängt an zwei Ketten. Der wird sicher nachher rauf gehen. Ich höre die Musik nicht. Ich will die Musik besser hören. Ob sie gut ist. Nein, sie müssen immer noch gleich machen. Okay. Sie versucht Spannung aufzubauen. Warte, ich will den Maiskolben. Ruh, ruh, ruh. Ha! Oh, was habe ich gesagt? Ein Lift, sie zu knäschten. Auf ewig zu binden. Ach, ich glaube, das ist der Amposs. Und ich bin herrlich vergiftet worden. Okay, er hat nicht allzu viel Leben abgezogen, aber schon so, dass es recht mühsam ist. Aber ich habe überhaupt keinen Lebensdrang, sehe ich gerade. Nicht gut, nicht gut. Wer geht ohne Heildrang zum letzten Boss? Gibt es da hinten was? Nein, ich habe nichts. Oh, oh. Ich sehe meinen Tod schon vor Augen. Super Time-Se... Ah, yes! Der Aufstieg. Und ich kann das Schwert nicht holen. Weil die Sequenz noch nicht beendet ist. So soll jetzt nicht vergiftet werden. Ich bin der 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 Ich möchte mich haben. Oder... Es ist Närven, wenn ich mir die ganze Zeit in den Rücken schlaue. Das kann ich nicht haben. Kleine Drecks. Sau... Kleine Sau, du! So... 75- Na, danke. Oh 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 Welcome to the top of the Pops Oh das ist echt schrecklich Wer hat die blöde Sünde programmiert? Ehrlich gesagt ich habe jetzt ein bisschen drum bass war ultra episch gesehen Ich habe es fast geschafft aber Es tut mir leid Das war es nicht Von ihm Schaden Von meinem Superzauber Jetzt kommt er von der anderen Seite Bitte haben Sie einen Moment Geduld Dieser Endkampf könnte länger dauern Ah hey Aber wenn er echt so Oh oh Shit vergiftet Ich wollte sagen wenn er so weiter geht wäre er echt easy Nein nicht wieder ins Gift Ich sehe ihn nicht Wo ist er? Ah ok er fliegt Ah komm Wo ist er? Wo ist er? Bam Du kriegst mich nicht Ich glaube meine Meine Zauber sind ein bisschen zu langsam Ah komm schon Ah nein 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 Hierüber genau Und dann wird er wieder seine Giftattacke Das heisst wir müssen wieder aufpassen Mach Was haben wir eigentlich für Kristall? Verteidigung plus 6 haben wir angelegt Ok Geschicklichkeit plus 6 können wir auch noch ausrüsten Ah Ah 30 Sekunden Ja dann tun wir den Zack Und sonst Haben wir noch Den komischen Drunk Und den Hate Drunk Ach genau Nein geh weg 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 Ah das ist fail 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 Nein das kommt nicht gut wenn du Scheisse machst Oh oh ich sehe es kommen Ich sehe es kommen Negatives denken Ah ein Apfel Genau Hey Ich bin doch genau noch raus gegangen Aus dem Scheiss Giftzeug Ah Fick dich Ich will kein Geld Ich will kein Geld Ich will kein Geld Nein 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 Was machst du? Ja genau wirbeln auf das Gift Und stirb Stirb Gewiss verdient Gib mir doch einen Apfel Und tot sind wir Ok Ich schaffe es immerhin die 10'000 zu erreichen Aber ohne Zauberdrang wird das so glaube ich nichts Ohne Heiltrank wird das schwer Ich probiere jetzt Probieren wir nochmal Königin Digestia Das sind wir Königin Verdauung Königin Verdauung Königin Verdauung Schade Schade wenn wir hauen Ich sollte vielleicht hier hoch Ah Gift und Gallen kannst du haben Ja Macht nur ein wenig Schade Das stört mich nicht Ich bekomme dann sicher wieder meinen Apfel Ah Ja Leck mich Leck mich Du kleine Fliegende Fliegende Verdauung Ah Das stört mich auch nicht Eins Zwei Drei Eins Ich muss glaube dreimal Mit dem Zauber treffen Dann legt sie sich ab Ja Dann haut sie mich Und dann Spuckt sie Gift Das kennen wir Dann kommen die kleinen Wichsen Der muss schnell weg Weil ich brauche meinen Apfel Äh warte schnell Nein 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 Hate Ah genau So jetzt Macht euch doch fertig Eins Zwei Drei Ah Der letzte hat es wohl nicht getroffen Achtung Gift 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 Das ist gedanklich schlecht Uah Oh oh Komm Lass doch einen Apfel fallen Ich habe fast kein Leben mehr Ah Wir haben schon Gold Ficken doch doch Und du auch Und du Und du Und du Noch mehr Gold Ey Es ist nicht zum aushalten Ich meine ich schlue mich ja nicht schlecht Aber Oh oh Und tot So Neuer Kampf Neues Glück Wenn ich gesehen habe Muss ich schon Muss ich schon gleich einen Drang verschwenden Weil ich kein Leben mehr habe So jetzt habe ich hier noch ein paar Von diesen Kristallen gekauft Und Ich glaube Ich habe zuerst diese drei gekauft Und dann sehe ich Oh wahrscheinlich kann man nicht dreimal die stärkste ausrüsten Dann machen wir Verteidigung oder Angriff Eigentlich Wollen wir mal Angriff Ja Man kann immer nur schwächer Okay In diesem Fall Verteidigung Und Geschicklichkeit So Das hält jetzt 10 Minuten Ich glaube ich muss gerade mal einen Drang schlucken Super Einfach mal einen Drang verschwendet Hoffentlich droppt noch einer unterwegs So Ah Das sieht nicht schlecht aus Ah Das sieht nicht schlecht aus Ja Spritze du nur Gift und Gallen Ah Ich mache gut Schaden Aber dort unten treffe ich sie nicht Schade Ich muss wirklich immer auf dieser Ebene stehen Oh oh Ah Also wenn kommst du von hier Jetzt schon Mädchen Ah mühsam wenn der nicht trifft Ah komm schon Eins Und zwei Und drei Und drei Und drei Noch mal Oh oh Spuck dich immer in die Mitte Also ich muss mich auf sie konzentrieren Scheiss auf die Kleinen Und zwar jetzt Los 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 Ah F*** dich So jetzt Weg Weg Jetzt spritze Gift Ah Nicht ins Gift stehen Ah Kleine Pissnelke Ist sie einfach im Weg Aber Er kommt nicht Warte Warte So Jetzt können wir Ah ah Habe ich sie getroffen Habe ich sie getroffen? Nein Zu spät Ah Ich muss bald wieder einen Drang opfern Nein Stand auf Stand auf Stand auf Ist echt mühsam Ich muss sie viermal Oh oh Achtung Weg 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 Viermal treffen Ah yes Also Nein Du Wiesding Eins Ah Ein Hühnchen Oh oh Gift 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 Ah Im Himmel sind sie nicht vergiftet Nein Jetzt sind wir vergiftet Aber wir nehmen immer noch zwei Drang Eins Und hinten nachschiessen bringt nichts Da kommt immer wieder ein Hühnchen oder irgendetwas Ah warte Wo bist du? Oh Ein goldes Schwert Ein guldenes Schwert Ein guldenes Schwert Und wie schön dass meine Angriffe einfach vorbeifliegen So Spuck dein Feuer Äh Gift Ein Gift Ein Giftstiger Drachen Eins Zwei Einmal Angriff Auf und Drei Jawohl 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 Schnell 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 Das macht nichts Ich habe noch zwei Dränge Einen Einen würde ich jetzt benutzen Seine kommen Und zwar wenn das Gift vorbei ist Jetzt So Oh sie hat praktisch kein Leben mehr Ich habe immerhin noch einen Drang Hahaha Ja jetzt geh auf das ganze Mädchen Geh auf das ganze Komm der Trish noch Nein 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 Was machst du? Weg 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 Links 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 Jawohl Ach und ein Maiskolb haben wir auch noch aufgefuttert Und jetzt aber los Eins Zwei Drei Und vier Nein Ist ja auch gerade weggekommen Aber jetzt nochmal Königin Digestiva Digestivum Damatre Putamadrum So wo ist sie? So wisst ihr was? Fickt euch Warte So Chicken Action Ach sie ist da vorne Okay Eins Zwei Drei Und wir haben sie Wir haben sie Du dreckiges Scheisspiff Da 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 Uuuu Das gibt sehr viel Belohnung Schau Schau Okay was haben wir hier Ein schwaches Schwert 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 85 Yes Und 131 Schüssig What up Ja jetzt haben wir den Feuerball Ich kann zwar Ah warte schon Nein Ich will jetzt die Kristalle schnell Dann kann ich ihn entfernen Das ist Scheisse Okay In diesem Fall Gehen wir weiter Ah herrlich Auch die Bosscam Ab und zu mühsam Jetzt habe ich eigentlich Nicht so viel Gebraucht Schon An den Tränken Weil die Kristalle Haben sie schon recht gebracht Muss man sagen Ich meine 8 Punkte In jedem Ding Es sind schon einige Levels Zusätzlich Und ich würde sagen Äh Und ich würde sagen Wir machen mal Weite Verteidigung Bis wir bei 20 sind So 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 Wo ist das Artefakt? Endlich Die Energie Brennt Wie die Sonne Ich Fühle mich Wie Neugeboren Jetzt werden wir die Die Seraphim Vernichten Der Stiefel Des Imperiums Wird sie Zerquetschen Ruf die Truppen Zusammen Wir marschieren Zum Seraphim Gebirge Ja Mein Dickerchen Sir Und Wo ist jetzt Mein Reichtum? Mein Reichtum Ah Sie haben mich betrogen Ich habe doch noch Gold Und Reichtum Und Raum Wollen Oh Winter Ich liebe Winter Levels Wenn ihr Wenn ihr irgendein Spiel gerade wisst Das hauptsächlich im Winter spielt Hört damit Schreibt es bitte in die Comments Weil Ich bin wirklich Ein riesiger Fan von Winter Ach Herrlich Oh 200 Leider haben wir nicht mehr so viel Geld Es wäre schön Wenn wir die Waffe jetzt hätten Kaufen Aber ich musste sie für Kristall verschwenden Oh 44 46 Mindestens Stufe 29 Oh Das sieht alles sehr schön aus Richtig geile Rüstung Aber ja Wir werden uns Das nächste Mal wieder sehen Im vierten Kapitel Und wie gesagt Schreibt es in die Comments Wenn ihr das Spiel mit Winter wissen Unbedingt Und Das wäre es jetzt definitiv Also tschüss zusammen